Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Markus, mein Ex. Und, ähm, was ist das? Achim, mein Date. Oh, hi, freut mich. Bitte setzt euch doch. Och, gern. Ich liebe Männer mit Manieren. Wir bestellen, Schatz. Natürlich, Hase. Rico ist so witzig und sensibel und geistreich. Auf seine ganz bezauberne Art und Weise. Doch, da werde ich ja ganz rot, mein Schatz. Aber das weißt du ja selber. Ja, ja, ja. Manchmal kann Rico richtig nett sein. Konnte. Konnte mein Herz. Äh, Kinder benützeln. Schade. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö. So. Können wir dann bitte auch gehen? Ich muss morgen früh raus. Ich trinke nur noch mein Prosecco aus, ja? Natürlich. Mein Gott, was für eine Spaßbremse. Tja, dann müssen wir halt noch ein bisschen aufs Gas treten. Kann ich euch noch was machen? Ja. Shampoo. Ich freue mich auf zu Hause. So, das war's, Frau Martins. Danke. Hier ist die Quittung, die Vollmacht und ihr Ausweis. Kann ich sonst noch was tun für Sie? Das war's. Dann viel Spaß bei der Flucht. Wo soll's denn hingehen? Rio? Kommen Sie darauf? Kleiner Scherz. Reisetasche, Bargeld, Sie wissen schon. Sehr witzig. Nichts für ungut. Und grüßen Sie Ihren Mann von mir.